Biologische Zahnerkunde bedeutet viel mehr, als den Menschen einfach nur neue, feste und schöne Zähne einzubauen. Man weiß schon lange, dass chronische Entzündungen im Immunkieferbereich, aber auch unverträgliche Materialien sich negativ auf den Organismus auswirken und damit auch unter Umständen chronische Erkrankungen mit begünstigen oder auslösen können. Als ich 2014 zum ersten Mal selber Kontakt mit der biologischen Zahnerkunde hatte, war für mich sofort klar, was dieses Behandlungskonzept für einen gesundheitlichen Vorteil für den Patienten hat. Anders als die klassische Zahnmedizin bezieht die biologische Zahnerkunde den gesamten Organismus des Menschen in die Behandlungstherapie mit ein. In unserer Beratung zielen wir vor allem darauf ab, unseren Patienten den genauen Ablauf unserer Behandlung zu erklären und die ihm daraus resultierenden Vorteile zu vermitteln. Mein Anliegen war, dass ich mir Implantate setzen lassen möchte und die Voraussetzung war zum einen kein Metall und ich erfuhr, dass ich hier die Keramikimplantate bekommen kann. Und ganz wichtig war für mich einfach die ganzheitlichen Ansätze, zum Beispiel, dass man nach Störfeldern sucht, dass man guckt, sind die Mineralstoffe, Vitamine und so weiter, alles im Körper vorhanden, um diese Behandlung auch optimal für meinen Körper erträglich zu machen. Und das habe ich alles hier in dieser Praxis gefunden. Und nach der Behandlung durfte ich erfahren, dass meine langjährigen Rückenprobleme, Lendenwirbel- und Nackenprobleme einfach wie verschwunden waren. Ich kann diese Behandlungsweise nur jedem weiterempfehlen. Da wir den Zahn nicht nur als ein austauschbares Etwas, sondern als wichtigen Bestandteil unseres Organismus sehen, arbeiten wir mit unserem eigenen Labor und sichern so die Qualität für unsere Patienten, da bei uns alles aus einer Hand kommt. Durch die Entfernung von eventuell vorhandenen nicht verträglichen Materialien entlasten wir das Immunsystem. Und durch das Verwenden ausschließlich bioverträglicher Materialien sorgen wir dafür, dass der Patient hinterher nicht noch mehr Beschwerden hat wie vorher. Wenn Sie für Ihre Zahn- und allgemeine Gesundheit das Beste wollen, beraten wir Sie gerne. Vereinbaren Sie jetzt Ihr persönliches Gespräch. Vereinbar SPOKE Lesbeheber Vereinbarung 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 Vielen Dank.